Hallo, in diesem Video nur ganz kurz vorgestellt, ein Sicherheitsfeature des Google Chrome Web Browsers. Click2Play beschreibt die Funktion, dass Plugins, die über Webseiten aufgerufen werden, nicht mehr automatisch sofort gestartet werden. Hier wird also trotz des Aufrufs über die Seite ein Stopp-Punkt gesetzt. Weiter geht es dann erst, wenn Sie mit der Maus auf das Plugin klicken. Der Grund dieses Sicherheitsfeatures liegt in den ständigen Lücken, die über die Plugins von zum Beispiel Flash oder Java erreichbar sind. In der Hoffnung natürlich, dass Sie das Ganze überhaupt erkennen, dass da ein Plugin unberechtigt geladen werden möchte und Sie dann eben nicht draufklicken. Wenn Sie das gar nicht erkennen, dann ist die ganze Geschichte eh für die Katz. Wenn Sie den Firefox nutzen, ein inhaltsgleiches Video für den Firefox, haben wir bereits online gestellt, Link in der Beschreibung. Die Nutzer vom Google Chrome, die schon ein NoScript-ähnliches Add-on benutzen, brauchen dieses Feature hier eigentlich nicht mehr zu aktivieren, da NoScript wesentlich mehr abdeckt als dieses Feature hier. Deswegen auch als Antwort auf die entsprechenden Fragen in den Kommentaren unter dem Firefox-Video. Nein, von den beiden Funktionen ist NoScript definitiv die wichtigere. Das Aktivieren von Click-to-Play ist furchtbar einfach. Ich habe jetzt hier schon den Google Chrome geöffnet. Ich bin auf der Semper-Video-Kanalseite und wir sehen hier anhand dieses Videos, das Plugin zur Darstellung des Videos, also das Flash-Plugin, ist hier direkt automatisch geladen worden. Wenn wir also Click-to-Play aktivieren möchten, dann über unser Tool-Menü auf die Einstellungen klicken. Dann fahren wir ganz nach unten, dann bekommen wir hier nämlich erweiterte Einstellungen. Dann haben wir hier unter Datenschutz Inhaltseinstellungen, da klicken wir drauf, dann scrollen wir ein bisschen nach unten und dann haben wir hier unter Plugins die Möglichkeit, Click-to-Play anzuwählen. Das war es dann auch schon, also OK, Neuladen und schon wird mir nun auf der Channel-Seite halt nicht mehr das Video angezeigt, sondern nur noch ein Blog-Screen zum Ausführen. Bitte hier klicken. Wenn ich auf Webseiten bin, denen ich grundsätzlich vertraue, dann kann ich mir natürlich das ewige Aktivieren auch sparen, indem ich einfach diese Webseite erlaube. Dazu habe ich hier in meiner Omni-Bar, nein, ich glaube beim Google Chrome ist es die Awesome-Bar, also in meiner Awesome-Bar habe ich hier so ein Plug-in-Icon, da klicke ich drauf und dann habe ich hier die Möglichkeit, Plugins auf www.youtube, also die Domain, auf der ich mich derzeit befinde, immer zuzulassen. Wäre also auch eine Möglichkeit eben für die Webseiten, denen Sie grundsätzlich vertrauen. Ansonsten halt hier klicken und schon kommt das entsprechende Video. OK. 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 OK.